Leute, ich wollte heute ein neues Projekt aufwarnen und weiß, was mir dann sofort aufgefallen ist? Irgendwie ist dein Mikro brutal scheiße. Leute, ich wollte heute ein neues Projekt aufwarnen und weiß, was mir dann sofort aufgefallen ist? Irgendwie ist dein Mikro brutal scheiße. Jo, und damit herzlich willkommen zum neuen Projekt. Mein Mikro ist ziemlich scheiße, aber egal. Unser Projekt heißt Minecraft Redstone Schaltungen. Und das hier ist das, äh, Brett der Redstone... Redstone-ich-kalt! Okay, lassen wir das. Ähm, auf jeden Fall, an diesem Brett wird immer angezeigt, was wir für die Schaltung brauchen. Heute brauchen wir ein Block nach Wahl. Ich hab jetzt, äh, Oakwood genommen. Äh, Sticky Piston, ein Repeater und Redstone. Und das war's? Und das war's auch nicht. Wir brauchen noch ne O-Door. Nein. Hm. Alles kommt weg. So. Hier, alles geplant. So. Dann bauen wir es erstmal in eine Vorrichtung. Vorab sollte ich erstmal sagen, welches das ist. Es ist... Die... Heute bauen wir die... Mojang-Tier. Dam, dam, dam. Oder sollte ich lieber sagen... Mojang... Tchiiieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie das wir müssen so anfangen in gern machen wir hier 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 und hier 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 ja okay nice ähm gut das passt dann hier 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 äh mich juckt da was okay gut ähm jetzt kommen wir noch ein Hör und noch ein Hör hier bauen wir an und hier 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 ist so und diese Technik wird nur wahrscheinlich die Newegrö irgendwo in der Ziehenspreis ist nicht hier in der Klinik da oben hin platziert es ist für mich nicht so viel Arbeit so guck mal dann machen wir hier drüber aus egal welchem Block halt so ein Ding so dann so der ist ganz wichtig dass er auf 4 gestellt ist so fertig das war's schon ja Speed Tutorial ähm guckt euch nochmal lang guckt euch nochmal an wenn ihr es nicht verstanden habt und wenn ihr eine spezielle Redstone Schaltung wünscht die ihr nicht versteht dann schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare ich werde sie euch bauen okay bis dahin eure Schlange haut rein das war voll die Nachmache egal Snake mit Bö denk ihr ich guilty bei ich realities ich Vielen Dank.